Okay, jetzt sind wir Freunde und jetzt musst du nur noch in Pet Simulator X reingehen, damit ich dir nachjoinen kann, weil mir werden sowieso so viele Leute nachjoinen, gerade weil ich streame, ne? So, ich trete dir bei, ich hoffe das wird was, ich hoffe der Server ist nicht voll, das ist so schlimm, wenn die Roblox Events draußen sind, aber das scheint geklappt zu haben. Justin, wo haben wir dich? Da bist du! Hallo Justin, du hast gewonnen! So, einen Augenblick, wo haben wir? Hier, Trade, Justin muss in den Trades. Okay, wir müssen 43 Sekunden warten, dann kann ich dir das Ding geben. Hi Justin. Wer ist sonst noch denn? Der Travelling Merchant ist da, aber ich werde mir den jetzt nicht anschauen. Äh, kann ich in deiner Liste bleiben? Der Travelling Scammer! Was, hat das jemand geschrieben? Ne, das hab ich gesagt. Okay, ähm, ja okay, du kannst in meiner Liste bleiben, aber es kann sein, wenn ich irgendwann meine Freundesliste aufräume, dass du dann rausfliegst, wenn wir nichts miteinander zu tun haben. Aber, erstmal noch nicht. So, noch 10 Sekunden warten, alles klar. Okay, dann kriegst du von mir jetzt den Dark Matter Angelus geschenkt und kannst einfach annehmen. Bitte sehr. Oh, Victor, das war so eine gute Idee, das Pet zu verlosen. Aber jetzt hast du ihn nicht. Immer wieder gern.